Du bist dumm. Das ist richtig. Ich hab den Strikecraft komplett verwechselt. Ich dachte, andere Servitor wär das, Alter. Welcher andere? Ach, du meinst ja dieses Gefängnis der Alten? Gefängnis, ja, ja, ja. Oh mein Gott. Ich dachte, wir spielen Gefängnisse. Deswegen dachte ich doch gerade, hä, was ist denn das für ein Anfang? Nee. Ja, macht Sinn, Zwett. Nee. Ja, ja. Oh, wie ich sterbe jetzt. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Sagt mich in Ruhe lassen. Ja, der ist wieder an der, der ist wieder an der Wand drin, der gibt's. Der Macher. Aua. Ich find's halt lächerlich. Wieso wird sowas nicht gefixt? Tch, das fragst du noch. Weil's nicht viel entscheidend ist und weil's kein Geld bringt. Richtig. Weil's kein Geld bringt, denke ich. Genauso wie der Dürn in den Sternischen, der wird auch nicht gefixt. Weil's kein Geld bringt. Oh ja. Hahaha. Er brachte schon Geld, also muss er nicht mehr gefixt werden. Richtig. Weil in Zukunft bringt er nicht mehr Geld. Richtig. Richtig. Ich verstehe das eh nicht. Nö. Nicht nur du. Alter, Rain. Boah, er ist mit Feilen in den Kopf geschossen hier. Geil. Nein, ja. Hä? Er hat einen Schritt gemacht und dann nicht mehr. Ja, ja. Und dann einfach losgelaufen, ne? Der! Was mit dem. Altersschwäche. Ja. Wunderpro. Oh oh. Ach ja. Ich mach grad den Overload da los Der andere Dark Hier liegt wieder so viel Heavy Bummo uns hier hinten auf die Brücke stellen auf Wenschwan Brokko, nicht zum Zug, nicht zum Zug, nicht zum Zug Warum? Warum? Wenn alle drei sterben, dann ist es vorbei Ja, wenn wir da beim Zug sterben, dann auch Jeet Ah, ich sterbe, ich sterbe Du bist immer noch der Solar Titan, du darfst nicht sterben Du hast gar keine Bewilligung Du hast da gar keine Bewilligung dazu Ich hab den Helm noch nie gespielt Ich auch nicht Ja, ich hab's gemerkt Wie so'n Noob-Shake Ich hatte den Helm bis vor drei Wochen im Fall gar nicht, ne? Nein, nein, ich mein das, weil ich hab den auf dem Account gespielt Und, ja, sagen wir's mal so, die Rüstung, sie passt jetzt nicht zu sehen Wegen Verteidigung und Erfurtung Was, wenn du einen Trick scannst, wie du dann die Energien rankommst Das kannst du mir sagen, das werde ich dann mal fünf Tage machen wahrscheinlich Hast du hier im Trick Energie? Ja, da, damit du die Empralen-Gramme fokussieren kannst Ja, hast du den vorletzten Treasure Map freigeschaltet, dass du sieben Stück kriegst? Keine Ahnung Wenn du das freigeschaltet hast, dann kriegst du unendlich Dinger, Digga Der wird schon wieder auf 100 und Ball Energie Du weißt, das ist von der Season oder was? Ja, ja Kannst du da die Rüstung auch fokussieren? Ja, klar Kriegst du auch, heißt das? Ja, klar Eins Wo war die Nate? Über dir, genau über dir Ey, schmutzschmutz Was hast du immer wieder um've puisque ne sind? Ja,gy nu Ja,30 Na, Moment Ok, also Wo auch Wo war das ein Schmutzschmutzschmutzschmutzschmutzsch auf Oh Jungs, die sind schlecht drin, dann muss ich nicht sagen, ja. Wenn ihr gerne einen zweiten Warlock wärst, nennt man einfach zwei Blumen. Oh mein Gott. Mach was fern, ihr Muschis. Ich hab grad selber genädelt, Alter. Ja, da war ich ein bisschen geiriger auf die Heavy, geb ich zu. In den Sprenger bin ich gelaufen, Alter. Juhu. Da hinten hat's nen Champion gehabt, Xavi. Hier vorne hoch. Ach so, den hab ich nicht gesehen. Hab ich gemerkt. Hier vorne noch vier. Kann man unter dem was reichen, perfekt. Kann der ja schon mal halten. Ja, aber ich mach mal die Heavy. Ey, da sind auch kein Netz. Hä? Ja, aber hier kommt doch die Musik die ganze Zeit. Ja, da steht doch nur zwei deaktiviert, obwohl wir schon durchlaufen können. Hä? Weil da hinten ist nur ein Ritter gewesen. Wir haben verpackt, dann hatte ich meine Fresse. Aber wobei, nee, kann ja nicht verpackt sein, ist Destiny, ne? Liegt an mir, Entschuldigung. Der Ritter. Der Ritter hat uns aufgehalten. Nimm das Herzchein. Äh, Nico fragt mich, ob ich gleich Ogre-Challenge und mache. Der Oeiger. Ich mach den Schirm, dann noch den mit Simon und dann... Ja, ich will die für Ogre. Außer Simon ist nicht direkt da oder Tommy, dann geh ich direkt da oben. Dann machen wir Glasway in der Zeit. Nee, wenn er nicht da ist, dann... Braucht doch einen für Ogre-Challenge. Ja, mich. Ja, außer ich. Nee. Die ganze Clan ist unsinn. Ja. Ey, One-Shot. Danke. Aber, nee, der Richter hat mich auch noch getroffen. Natürlich, singt mich und appointments werden kann. Und Leader ist einfach der... Mafarger... doc... ... Ich finde das so geil, wie der Roboter spricht. Oh, hier ist gar kein guter Platz. Ja, ich spüre es. Der Bomber hält einfach mehr aus als ein fucking Champion. Tschüss. Tschüss. Wir saufen. Mach den Läufer mit Bogen. Jetzt habe ich Glück gehabt. Overload ist dead. Schiff kommt, Achtung. Ja, habe ich gesehen. Niemals erschrocken, der Arsch. Die Läufer ist dicht. Und gibt die alle null Punkte. Zero Points für Germany. Das sind alles luschen. Ja, merk schon. Das Spiel hat einfach entdeckt, dass es keine Gegner für uns sind. Ja. Ich will doch hier ein Invis-Typ. Ja, ja. Alter, ich treffe nichts. Gar nichts. Nicht treff ich. Oh, da waren die Frames aber gerade ganz woanders, aber nicht da. Hey, ich check overloads nicht, also. Nicht nur du. Ja, und jetzt ist er wieder full. Ich check, ich schwör, ich hasse diese Champions-Typen. Freu dich mal auf die Minus bei Glassway, die sind noch viel, viel schlimmer. Ne, weil der portet sich einmal in Sinsen wieder full life. Und du kannst nichts tun. Die Minus, die stunst du, die heilen sich trotzdem. Ja, das, ja. Du musst meinen verloren den Sektor, 20 Lichtlevel unter der Voraussetzungsspüche, dann versuchst du mal so einen Champion zu töten. Geil. Da sind die auch 15 drunter. Ist das hier ein 15 oder 22? 20, 25. Das kannst du vergessen nicht. Da brauchst du eine Stunde, wenn du getötet hast. Am besten machst du noch in unaufhaltsamen und ohne unaufhaltsamen. Das wär's dann. Da hast du Spaß fürs Leben. Mit dem Schwert. Mit dem Schwert. Gehen wir gleich links ins Haus rein, oder? Jo. Ist da jetzt noch was? Beide tot. Ne, hier lebt noch irgendwas. Der Boss bewegt sich nicht. Ach, hier ist ein Add. Ist das auch? Oder ist das noch? Ja, Fetz. Ich bin nur Haus geraten. Ach, Wohin. Er ist auf, zwei auf, drei auf, vier auf. Jetzt echt so spielen, nicht auf entspannen. Keine Ahnung, mir egal, ich hab's normal alle aufgeschossen. Bei Saber würde ich mal doch einen Speedrun gehen von mir aus. Aber wenn du da dreimal Arcus Titan stößt, dann bist du wirklich neun Minuten durch oder so. Oder zwei Arcus Titanen, einen Brunnen, wo du denkst. Risikoreich. Bist du mit Stormnates unterholt, oder? Mhm. Und welcher Brust spielst du? Ähm, mit der, dass die Old Meadamage macht. Aua. Jetzt grad wieder alles. Das Brunnen, ne? Das Brunnen. Jaja. 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 Der ist ein GM Boss, der nix aussählt, alter. Wo ist der Weg zum? Jaja. Das Brunnen ist weg. Das hat die Sturmjäger so in den Dings rein geschaffen. Das hat eine Live-Light von der Ska. Ja, was? Ja, was? Ja, was? Der Arcus für den Captain da drüben? Oh. Das ist ja. Das ist ja... Der. Das ist ein Schöpfen. von der krachen ist das kommt doch noch mal gleich ich glaube und wenn es mir jetzt auch wurscht er hätte nichts aus der costa fast gar nichts haben wir noch 37 waffen ohne memento let's go ich muss eigentlich mal meins einlösen weil ich diese nicht vor meinten sind so hässlich ja ich würde das ist das ist